Schon seit dem vergangenen Jahr steht der sächsische Verfassungsschutz im Zentrum einer Datenaffäre. Bei der Aufarbeitung kam nun heraus, selbst über den stellvertretenden Ministerpräsidenten Dulig von der SPD sammelte die Behörde Informationen. Ein heute bekannt gewordener Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums bezeichnete die Datenspeicherung als klar rechtswidrig. Der Verfassungsschutz räumte Fehler ein und noch mehr. Jahrelang seien von nahezu allen Abgeordneten des Landtags Informationen gespeichert worden, ohne einen triftigen Grund. Wir fragen nach und vertiefen mit Florian Faken in Leipzig. Noch mal, was genau hat man denn von den Parlamentariern jetzt gehört? Den Parlamentariern, die den Geheimdienst kontrollieren. Sie haben eben heute in Ihrem vorgelegten Bericht gesagt, dass das, was dort passiert ist, man hat eben aus öffentlich zugänglichen Quellen Daten über Abgeordnete und mindestens ein Regierungsmitglied gesammelt. Das war rechtswidrig. Es sind zwar öffentliche Daten, aber die Parlamentarier sagen ganz eindeutig, das, was ihr da über uns und über mindestens ein Regierungsmitglied gesammelt habt, das war illegal. Wie muss man dieses Vorgehen denn tatsächlich rechtlich einordnen? Was haben Sie erfahren? Die Parlamentarier, mit denen ich sprechen konnte, die sprechen davon einer Art Stufenmodell. Nicht alles, was die Nachrichtendienstler erst mal gemacht haben, war grundsätzlich illegal. Aber die Parlamentarier sagen eben auch, einfach nicht hinnehmbar, was dort gemacht wurde. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Regierungsmitglied greift in einem Facebook-Post, in einem öffentlichen Facebook-Post, den politischen Gegner an. Da gibt es überhaupt keinen Grund aus Sicht der Parlamentarier, dass dieser Facebook-Post in die Daten des Nachrichtendienstes eingespeist werden. Aber genau das ist passiert. Das ist illegal. Und deshalb hat der frühere Chef des Landesamts für Verfassungsschutz, Gordian Mayer-Plath, auch seinen Hut nehmen müssen. Und jetzt ist die Konsequenz, diese Praxis wurde eingestellt. Florian Farken, danke nach Leipzig. Und jetzt ist die Konsequenz, diese Praxis wurde eingestellt.